Ein Wintersportanlass steht bevor ein grosser Day of 2015, da stellt sich natürlich als erstes einmal die Frage, Schnee, das braucht es unbedingt, wie schaut es momentan aus? Das braucht es, momentan schaut es noch nicht ganz so gut aus, aber wir haben noch zehn Tage und was ganz schön ist, die Venue-Manager Christoph Frommelt und Conny Schädler, die haben wir vorgestern bestätigt, Leo macht dir keine Sorgen, wir organisieren das und wenn man Schnee von jedem Ecke her schufeln muss und da sind ganz tolle Leute im Werk, denen gehört ein ganz grosses Dankeschön und du wirst sicher sein, das findet statt. Wie schaut es in Vorarlberg aus? Ganz ähnlich und wir waren natürlich sehr froh, dass wir gestern die frohe Botschaft aus Lichtenstein bekommen haben, dass dort die Veranstaltungsstätten gesichert sind. Wir haben das gleiche Problem in Vorarlberg, also es ist kein regionales Problem, sondern ein überregionales Problem und auch dort sind wir natürlich froh, dass wir alle tatkräftige Unterstützung bekommen, den Schnee zu produzieren und dann auf die Veranstaltungsstätten aufzubringen. Wie schaut es aus mit der Organisation aus? Stand der Dinge, ist man schon parat oder gibt es noch viel zu tun? Ja, wir sind zehn Tage vor dem Spiel, also zum jetzigen Zeitpunkt sind wir sicher im Zeitplan, es gibt aber sicher die letzten zehn Tage noch sehr viel zu tun, aber wir sind auf sehr gutem Kurs. Was steht jetzt noch konkret? Jetzt geht es natürlich los, jetzt sind Detailarbeiten. Wir haben vorher von der Venue gekriegt, wir reden aber natürlich auch von Akkreditierungen, von Transport, Unterkunft. Jeder muss sein Bett haben, jeder muss sein Essen haben, jede Akkreditierung muss vorbereitet und geschrieben sein. Das sind Detailarbeiten. Jetzt gibt es einfach sehr viel Detailarbeit zum Arbeiten. Wir haben eine Pressemitteilung übergekommen am Sonntag, da ist Olympische Feuer eingetreffen in Hohenems, wenn ich recht informiert bin. Es hat einen langen Weg hinter sich, vielleicht kannst du ein bisschen etwas erzählen dazu. Ja, wir haben schon kaum mehr geglaubt, dass wir die Erlaubnis bekommen, das Olympische Feuer zu holen. Wir dürfen es in Athen holen. Das ist auch ein Riesendank an der Stelle an Patrick Kiki, der bis zum Schluss für uns gekämpft hat und der IOC-Präsident hat dann grünes Licht gegeben. Wir haben ganz schnell noch eine kleine Delegation zusammengestellt, werden am Samstag in Hohenems starten, das Feuer am 18. dann in Athen im Panathinaikos-Stadion holen und am 18. um 15.15 Uhr wird es dann in Hohenems landen. Also wir sind sehr stolz, dass es da ist und natürlich das vierte Mal in Österreich und das erste Mal in Lichtenstein. Daran anschließend, was passiert da noch mit dem Feuer, wenn es denn da ist? Bis zu dem Spiel ist es ja dann doch noch eine Woche hin. Richtig. Ganz wichtig an der ganzen Sache ist, dass wir natürlich auch einen Fackellauf organisieren. Der Fackellauf startet am 21. in Vorarlberg, am 22. ist dann die Flamme in Lichtenstein, am 23. wieder finale Strecke Richtung Vorarlberg, dann am 24. eine kurze Pause. Die Flamme kann sich erholen und am 25. läuft sie dann ins Stadion ein, in Stagunz im Schanzenzentrum zur Eröffnungsfeier. Alles klar. Danke, Jungs.